Ich bin im geteilten Berlin aufgewachsen, lebe jetzt aber die Hälfte meines Lebens schon in Nürnberg. Die Geschichte beider Städte hat mich geprägt. Freiheit, Würde und Menschenrechte, das sind meine wichtigsten Anliegen. Nürnberg hat einen tollen Mix, urban und überschaubar gleichermaßen. Toll ist das Knoblauchs-Land, aber auch die Pegnitz, das Kulturangebot und natürlich das Shopping in der Altstadt. Natürlich hat Nürnberg auch Herausforderungen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für alle, wir brauchen Arbeitsplätze, vor allen Dingen auch für Langzeitarbeitslose und wir brauchen auch Ausbildungsplätze für benachteiligte Jugendliche. Mit der SPD packen wir hier gemeinsam an. Wir haben gute Konzepte und uns geht es um Chancengerechtigkeit, Chancen im Leben. Als Politikerin werde ich oft gefragt, was mir persönlich besonders wichtig ist in Berlin oder auch in Nürnberg beim Wahlkreis. Besonders wichtig ist mir der Austausch mit Ihnen. Warum? Ja, weil ich halt nur einen Kopf habe und weil ich Ihre Ideen brauche, weil ich Ihre Informationen brauche, um Sie mit nach Berlin zu nehmen und hier auch Politik zu machen, die für Sie wichtig ist und die ich hier umsetzen kann. Deshalb möchte ich und suche ich das Gespräch mit Ihnen.